Also den Schwanz abhacken und auf einen konzentrieren, oder? Ah, du erinnerst dich, hier waren wir schon mal, ha? Ich würde das... Freude! Jawohl, Schwanz ist weg! So, jetzt ist schon zurück auf jeden Fall, oder? Oh, Alter! Der hat auch unseren Schwanz verloren! Der startet ja nur den Schwanz! Alter! Aufs erste Mal! Sind wir übel fit, oder was? Der startet ja nur den Schwanz abhacken!